Ja, wir haben jetzt einzelne Commandlets ausgeführt, das ist ja ganz nett, aber so richtig mächtig wird die PowerShell, wenn wir mehrere Commandlets miteinander verknüpfen. Das geht per Pipe, also zu deutsch Röhre. Durch diese Röhre kann ein Objekt von einem Commandlet an ein anderes übergeben werden. Wir bleiben mal bei unserem GetProcess Beispiel. Die Pipe können wir mit dem senkrechten Strich-Symbol einleiten. Auf der deutschen Tastatur ist das neben Shift auf der Größer und Kleiner-als-Taste, wenn man dann zum Beispiel Alt-Gr auch noch drückt. So, ich gebe dann jetzt die Ausgabe aller Prozesse an das Commandlet WearObject weiter mit dem Parameter Property Main Window Title. Dadurch werden mir nur die Prozesse ausgegeben, bei denen die Eigenschaft Main Window Title gegeben ist. Wie man unten in der Taskleiste bei mir erkennen kann, ich habe nur zwei Programme offen. Das erklärt, warum die Ausgabe jetzt hier weitaus weniger ist als die ganzen Prozesse, was wir vorher hatten. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich jetzt hier nach Main Window Title filtere, aber der Fenstertitel wird hier nirgendwo angezeigt. Das liegt daran, dass das Prozessobjekt eine Standardausgabe hat, wo das einfach nicht mit drin enthalten ist. Wir können das Ganze aber noch weiter pipen, und zwar zu Format-Table, also um eine Tabelle auszugeben. Und dann spezifizieren wir, welche Eigenschaften, welche Properties wir denn ausgeben wollen. In dem Fall Name und Main Window Title getrennt durch ein Komma. Also mit einem Komma können wir hier mehrere Properties trennen. Und die Information in Main Window Title entspricht dann natürlich auch hier unseren Fenstern. Format-Table ist allerdings nur dazu geeignet, Daten in der Shell auszugeben. Das heißt, wenn wir die Objekte erstmal in eine Tabelle umgewandelt haben, dann können wir nicht mehr mit den ursprünglichen Objekten interagieren. Wenn ich jetzt also versuchen würde, das in noch eine Pipe reinzugeben und gebe ein Stop-Prozess, also um einen Prozess zu beenden, dann wird das fehlschlagen, weil er die dazugehörigen Prozesse nicht finden kann. Was wir dann stattdessen machen können, ist hier einfach die Tabelle rausnehmen. Und wenn ich dann jetzt Enter drücke, dann beendet er mir sowohl den Edge als auch die Shell. Grundsätzlich ist empfohlen, links zu filtern und rechts zu formatieren. Also wenn das linke Commandlet bereits eine Möglichkeit bietet zu filtern, dann sollte diese auch verwendet werden, weil die Verarbeitung dadurch schneller geht. Also getProcess und dann nameMSH ist weitaus schneller als getProcess und dann whereObjectProperty name equalsValueMSH. Abgesehen davon, dass das jetzt mehr Tipparbeit war, aber die Verarbeitung geht weitaus schneller, wenn wir links filtern. Also im ersten Beispiel wird direkt an der Quelle gesagt, wir wollen nur Prozesse MS-Edge haben und bei der zweiten Variante werden erst alle Prozesse ausgelesen und danach gefiltert, wo denn der Name MS-Edge ist. Wenn man irgendwann PowerShell-Skripts erstellt, die tausende von Daten verarbeiten, dann macht sich das schon bemerkbar. Das war es dann erstmal zur PowerShell-Pipe. Im nächsten Video geht es dann um Objekte, das verlinke ich einmal hier. Und die gesamte Playlist zum PowerShell-Kurs ist dann hier zu finden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es bitte hier auf YouTube. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt gerne einen Kommentar oder kontaktiert mich auf LinkedIn. Und ja, das war es schon. Danke, ciao! Bis zum nächsten Mal!